Das ist das, wo du anfängst, Jo. Ja, bin dabei. Weißt du welches? Gut. Das ist nicht Wahrheit, sondern Schwachsinn, weil sich das reibt. Erzähl mehr von deiner Zukunft und ob es dabei bleibt. Wie lange hält dein Wort vom Zerfalstert und Zerfressen? Es gibt Menschen, denen geht es schlecht, die haben Hunger, die werden das essen. Der Zweifel in den Ecken und die Entscheidung steht im Raum. Du stehst in der Tür, willst weder Aussiegen noch Vertrauen. Man ist viel zu bequem, um die Möbel zu verrücken. Den Lebenslauf zu streichen und die Angst zu unterdrücken. Und ich hoffe, du verstehst das. Ich verstehe es bis jetzt nicht. Und mein Herz wird fühlen und fängt an zu schlagen. Erst verstrickt, dann verfangen. Und sich dann letztlich selbst erhängt. Erst verraten, dann verkauft. Und jetzt wird's verschenkt. Alles, was von Wert war. Am Boden der Inflation. Man selber tritt noch nach. Und das kennt man alles schon. Die halbgesagten Sätze. Weil das Essen nicht mehr schmeckt. Der fünf Minuten Schlaf, der das Bedürfnis nicht abdeckt. Deine müden Augen. Mein Trägerverstand. Dann unsere beiden Hände. Und das, was sie verbannt. Und ich hoffe, du verstehst das. Ich verstehe es bis jetzt nicht. Und mein Herz wird fühlen und fängt an zu schlagen. Und du hast recht, ich hab Angst. Du hast recht, ich hab Angst. Ja genau, ich hab Angst. Du hast recht, ich hab Angst. Du hast recht, ich hab Angst.